Horoskop für Juli 2024, für Stier. Die Umgebung ist es gewohnt, sich bei Problemen und schwierigen Lebenssituationen auf den zuverlässigen und klugen Stier zu verlassen, aber im Juli wird selbst der geduldigste Vertreter dieses Zeichens eine kleine Pause brauchen. Sie müssen sich ausruhen und alles überdenken, was im Leben passiert, persönlich, beruflich, familiär. Seien Sie nicht schüchtern und verstecken Sie Ihren Gemütszustand nicht, sondern lassen Sie die Menschen, die Ihnen am nächsten stehen, wissen, dass Sie Ruhe und Verständnis brauchen. Beginnen Sie im Hochsommer keine aktive Suche nach einem Seelenverwandten, sondern beschäftigen Sie sich mit den bestehenden Problemen. Wenn Sie nach romantischen Beziehungen in der Vergangenheit seelische Wunden haben, versuchen Sie, diese zu heilen. Sie müssen nicht einen neuen Anfang in der Beziehung zu nehmen, weiterhin alte Ängste und Ressentiments zu tragen. Versuchen Sie, Ihre Gedanken in Ordnung zu bringen, Gleichgewicht und Harmonie zu erreichen, und dann wird die neue Romanze bringen Sie nur angenehme Eindrücke. Die wichtigsten Ratschläge des Horoskops für Juli Die Sterne ermutigen den Stier, sich um die Karriere zu kümmern. Sie haben genug Zeit mit der Suche nach einem geeigneten Beruf verbracht und sind bei der Option stehen geblieben, die sich mehr als andere für langfristige Arbeit und Einkommensgenerierung eignet. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Hören Sie auf, an Ihren Fähigkeiten zu zweifeln und gehen Sie mutig zur Sache, Sie werden perfekte Ergebnisse erzielen, wenn Sie sich genug anstrengen. Stiere müssen auf Ihre Gesundheit achten, auch wenn Sie selbst glauben, dass Sie keine medizinische Behandlung brauchen. Oft hindert sie Ihr Stolz daran, zuzugeben, dass Sie sich unwohl und schwach fühlen, was dazu führt, dass Ihr Körper nicht genug Ruhe und Unterstützung bekommt. Hören Sie auf, Ihre Krankheiten zu verbergen oder sich etwas vorzumachen, erzählen Sie Ihrer Familie von Ihren Gefühlen, gehen Sie zum Arzt. Wenn Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle haben und sich untersuchen lassen, beginnt ein umfassender Kampf gegen jede Art von Krankheit, der zu einem angenehmeren Leben führen wird. Liebeshoroskop für Juli für Stier Der Monat wird in Frieden und Sicherheit verlaufen, aber besonders aktive Vertreter des Zeichens können manchmal Unbeholfenheit und Leere spüren. Stier ist es gewohnt, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Stärke, Charisma und äußere Attraktivität gewinnen leicht die Herzen anderer Menschen. Ein paar Tipps für Stiere. Halten Sie Ihre Emotionen im Zaum und lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihr Image beeinträchtigen, was bei der Partnersuche sehr wichtig ist. Verbringen Sie Ihre gesamte Freizeit mit Ihrem Liebsten und bemühen Sie sich um Abwechslung. Die Unterhaltung bei Verabredungen kann sehr unterschiedlich sein. Verhalten Sie sich in der Ehe umsichtig, versuchen Sie nicht, jede Handlung des Ehepartners zu kontrollieren. Stierhoroskop für Frauen Manchmal überreagiert der Stier auf verschiedene Ereignisse, er fühlt sich einsam und entfremdet von anderen oder er erlebt extreme emotionale Höhenflüge und glänzt in der Gesellschaft. Solche Unausgeglichenheit verschreckt andere, also versuchen Sie, plötzliche Stimmungsschwankungen zu vermeiden. Eine ausgeglichene Persönlichkeit meistert ihre Widrigkeiten und bewahrt dabei Würde und Weisheit, anstatt sich von vorübergehenden Gefühlen überwältigen zu lassen. Die Sterne deuten darauf hin, dass Stiere in einer Beziehung diesen Monat in der Gesellschaft eines geliebten Menschen verbringen werden. Das wird ihm oder ihr helfen, sich wirklich glücklich zu fühlen. Versuchen Sie, diese wunderbare Zeit mit verschiedenen Ereignissen zu füllen, versuchen Sie, mit ihrem Partner zu verreisen, Unterhaltungsveranstaltungen zu besuchen, sich für eine gemeinsame Sache zu engagieren und sich kreativ zu verbessern. All dies wird dazu führen, dass die Zeit der Verabredung nicht nur eine Zeit ist, die man allein verbringt, sondern dass sich die Zeit des Werdens in eine Reihe der glücklichsten und denkwürdigsten Ereignisse verwandeln kann. Horoskop für Stiermänner Verheiratete Stiere werden oft Opfer ihrer eigenen Missverständnisse und Vorurteile. Ihr Wunsch, alles zu wissen, was im Leben Ihres Ehepartners passiert, hat eine gute Grundlage, es ist von dem Wunsch diktiert, Ihren geliebten Menschen zu schützen. Denken Sie jedoch nicht, dass Ihr Ehepartner nicht selbst für sich sorgen kann und unbedingt Ihre Kontrolle braucht. Versuchen Sie, die Tatsache zu akzeptieren, dass der Lebenspartner mit einigen Situationen selbst fertig werden kann, damit Sie ihm zeigen, dass Sie ihm vertrauen. Im Juli haben Sie vielleicht das Gefühl, dass andere bemerkenswerte Persönlichkeiten in Ihrer Gesellschaft auftauchen und die ganze Aufmerksamkeit von Freunden und Bekannten auf sich ziehen. Astrologen raten Ihnen jedoch, sich nicht von verschiedenen Kleinigkeiten ablenken zu lassen und zu versuchen, die Ereignisse zu verfolgen, die wirklich wichtig sind. Schließlich sind Popularität und Anerkennung nicht für die Ewigkeit, sie erscheinen und verschwinden recht schnell. Finanzhoroskop für Juli. Sie brauchen Stärke, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Manchmal ist es einfacher, Geld zu verdienen, als es richtig auszugeben, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie wichtige Entscheidungen treffen, die Ihre Zukunft beeinflussen können. Es geht um die Wahl einer Bank, bei der Sie ein Konto eröffnen wollen, oder um Vermögenswerte, die Ihnen Einkommen verschaffen. Denken Sie daran, dass Berater Empfehlungen geben können, aber die endgültige Entscheidung sollten Sie selbst treffen. Zusätzliche Empfehlungen. Die erste Monatshälfte ist eine Zeit des Zweifels, in der Sie Unsicherheiten erleben werden, die Sie bekämpfen sollten. In der zweiten Julihälfte wird es besser, es gibt mehr Angebote und Aufträge, das Einkommen wird steigen. Unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit Arztrechnungen, Steuern, wichtigen Anschaffungen sind möglich. Es ist wichtig zu verstehen, dass der gewählte Weg immer geändert werden kann, aber im Erwachsenenalter kann es zu viel Mühe und Zeit kosten, eine neue Spezialität zu finden. Wenn Sie also an einem bestimmten Punkt Zweifel verspüren, sollten Sie keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern warten, bis sich die Situation stabilisiert hat. Wenn Sie sich für einen zweiten Beruf entscheiden, geben Sie Ihren Hauptberuf nicht auf und kombinieren Sie ihn mit Ihrem Studium, diese Option ist wichtig für die finanzielle Absicherung. Astrologen weisen auch auf die Bedeutung der Entschlossenheit hin. Wenn Sie eine gute Einstellung bewahren und weiterarbeiten, werden Sie in der zweiten Monatshälfte große Erfolge erzielen. Seien Sie bereit, sich auf neue Projekte einzulassen und ungewöhnliche Kenntnisse zu erwerben. In dieser Zeit werden Sie von den zuvor erlernten Fähigkeiten der Teamleitung profitieren. Auch in den letzten Julitagen können Sie eine solide Gehaltserhöhung oder einen Bonus erhalten. Finanzieller Horoskop-Ratschlag. Der Stier achtet stets streng auf die Verteilung der Ausgaben, aber die sich ändernde Situation könnte Ihnen zum Nachteil gereichen. Zum Beispiel wird eine lange geplante Anschaffung teurer als erwartet, was zu hohen Ausgaben führen wird. Versuchen Sie nicht, solche Momente zu vermeiden, sondern lernen Sie, diese unvorhergesehenen Ausgaben in Ihren Finanzplan einzubauen, arbeiten Sie flexibel und halten Sie sich nicht mit ärgerlichen Momenten auf. Gesundheitshoroskop für Juli. Um Erfolg und Seelenfrieden zu erreichen, muss der Stier seine Gefühle in Ordnung bringen. In manchen Fällen steht körperliches Unwohlsein in engem Zusammenhang mit dem moralischen Zustand einer Person, die sich ohnmächtig und mutlos fühlt und beginnt, auch unter körperlichen Beschwerden zu leiden. Deshalb raten die Sterne, zunächst einmal die Gedanken zu ordnen, ein Arbeitsregime aufzustellen und die seelischen Wunden und Ängste zu verarbeiten. Praktische Ratschläge für Stiere. Versuchen Sie, rechtzeitig ins Bett zu gehen, beginnen Sie Ihren Tag früh am Morgen, so können Sie Ihre Energien richtig verteilen. Regulieren Sie Ihr Arbeitspensum, sowohl körperlich als auch geistig, was direkt mit Ihrer Stimmung und Ihrem emotionalen Hintergrund zusammenhängt. Seien Sie freundlich, denn negative Gefühle und Erfahrungen liegen oft der Entwicklung von Depressionen und Angstzuständen zugrunde. Die Änderung des Tagesablaufs kann schwierig sein, aber jeder sollte sich bemühen, seinen Tagesablauf angenehmer und gesünder zu gestalten. In der ersten Tageshälfte ist der Körper sehr aktiv, er verarbeitet alle Nährstoffe, auch Kohlenhydrate, ohne Rückstände. Daher raten Astrologen, alle wichtigen Dinge auf die erste Tageshälfte zu verschieben und auch an die Bedeutung des Frühstücks zu denken. Stiere sind immer stolz auf ihre körperliche Stärke und missbrauchen manchmal sogar körperliche Daten. Vertreter dieses Zeichens müssen ihren Körper nur richtig behandeln. Es ist wichtig zu verstehen, dass seine Ressourcen nicht unendlich sind. Versuchen Sie, die Kräfte richtig einzusetzen und vermeiden Sie dringende Belastungen bei der Arbeit und zu Hause. Konsequent die Durchführung aller Aufgaben, werden Sie Ihr Wohlbefinden und Energie zu halten.